Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fembo Simulator. Meine Damen und Herren, am heutigen Tag fahren wir zum nördlichsten Punkt in Europa. Also zumindest der nördlichste Punkt, den man in diesem Spiel erreichen kann. Und zwar ist das Arlburg in Dänemark. Insgesamt starten wir von Flensburg aus und dann 450 Kilometer bis nach da oben. Also es wird eine dicke Tour. Wir nehmen den neuen Hanwohl Altano TX18. Wir sind ja letztens diese XXL-Variante davon gefahren. Das war dann, glaube ich, auch ein Doppeldecker. So, komm, rein. Auch im neuen Jahr sind die deutschen Straßen nicht vor mir sicher. Und jetzt auch die dänischen. Ein paar Fragen habe ich ja auch wieder hoffentlich. Mach ich gleich. So, gucken wir doch mal rein. Oh, das ist eine ganz interessante Konstruktion. Das ist ja, du gehst direkt hier die Treppe hoch und dann sitzt du über dem Fahrer. Das kenne ich so auch nicht. Ist ja auch ätzend. Guck mal, der kann dir, auf gut Deutsch gesagt, da immer aufs Lenkrad gucken. So, Zielanzeige. Z. Okay, Z funktioniert nicht. Chillig. Dann machen wir den Wagen doch einfach mal an. Die ganzen Settings von dem sind anders. Ey, hier ist doch was falsch. Ist er schon wieder aus oder was? Eine Minute, 37 Sekunden später. So, jetzt geht's los. Schön aus Flensburg. Da gibt's gute Fischbrigadellen. Ich sag euch das. Oh, man hat aber, das ist ja ätzend. Man hat eine echt eingeschränkte Sicht. Im Gegensatz zu vielen anderen Bussen. Ist das nicht so geil, wenn das einem so dicht dran hängt, ne? So, wir müssen jetzt hier links. Entschuldigung. Oh, Taxifahrer. Absoluter Ehrenmann. Sehr korrekt. Danke. Auch wichtig, dass man Leuten im Straßenverkehr... Gut, er hat natürlich jetzt hier ordentlichen Stau verursacht. Aber das muss man auch respekten. Oh, da sie... Sorry, sorry. Der ist doch da gerade über Rot gefahren. Also nicht ich. Also ich auch. So, Flensburg. War ich, glaube ich, entweder... Ich muss ganz ehrlich zugehen. Ich weiß nicht, ob ich in Flensburg oder in Kiel war. Ich glaube, Flensburg. Damals noch beim Zivi. Da hatten wir so eine Ausfahrt dahin. Das war ganz geil. Ach, die Zivi-Zeit, Junge. Immer noch ein Fiebertraum. So, oh. Aha. Ah. Scheiße, jetzt stehen wir im Stau. Ah, das Problem ist, da kommen wir jetzt auch nicht weg. Ja, im Stau stehen macht echt Spaß. Mhm. Da gehe ich doch einfach mal ans Handy. Gutes Vorbild. Nein, man geht natürlich während der Fahrt nicht hin. Also das ist tatsächlich was, was ich nie mache. Und was ich auch nicht... Oh, jetzt verstehe, dass Leute das wirklich im Real Life machen. Während der Autofahrt ans Handy gehen. Leute, echt. Macht das, wenn ihr zu Fuß geht. Weißt du? Aber du bewegst ja... So, jetzt hier rechts blinken. Du bewegst mehrere... Oh, wo ist das? Mehrere Tonnen schwere Autos. Und bist da abgelenkt am Handy. Junge, gefährdet doch nicht nur dich selbst, sondern auch nicht noch andere arme Leute, die da wegen dir potenziell draufgehen. Hasse ich. Muss ich sagen. Habe ich auch wirklich kein Verständnis für. So, wo muss ich jetzt hier lenken? Ach, jetzt bin ich... Ja, jetzt bin ich falsch. Vorsicht! So. Oh, ich glaube leicht auf dem Bordstein. Sorry. Warum? So. Oh Gott. Ja, ja, ja. Grezzi. Ja, Grezzi. Digi, du steckst fest. Mannheim. Hannes, tu mir leid, du bist falsch. Dann suche ich mal meinen rechten Pass. Ja, ich mache mal die Gepäckluge auf, während ich der einen die volle Kanne in die Fresse geschoben habe. So, Yonah. Auch interessanter Name. Schöner Name. Äh, Nina. Das ist schon was, was ich eher kenne. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Der Said. Ja, Said. Jawohl, Said. Gianluca. Gianluca, ja. Wer war, sorry. John. Ja. Ein Kollege von meinem Orgel heißt John. Madeleine. Schöner Name. Bin ich hier richtig? Ähm, ja. Malde. Malde. Malde Spalde. Ja, Kollege heißt Malde. Das war jetzt einfach so ein Back to the Past. Ich habe ihn nie Malde Spalde genannt. Aber ganz ehrlich, Kinder. Azad, bist du der Rapper oder was? Da hat jeder Name irgendwie immer seinen Spitznamen bekommen. Wie zum Beispiel. So, Leute. Bus hängt ein bisschen schief. Ist aber auch scheißegal. Leute, ey. Freut mich, dass ihr alle am Start seid. Warum hüpft ihr hier teilweise manchmal so ein bisschen nach oben? Leute. Ja. Was ist denn mal los? Äh, wir fahren heute zum nördlichsten Punkt. Arlburg wird eine super geile Reise. Vergesst nicht, den kleinen Paluten mal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und schaut doch gerne auf paluten.shop vorbei. Mega Mini Paluten ist wieder am Start. Den kann man jetzt schon leckerschmecker vorbestellen. So ab. Oh, wir sind zu spät. Nee. Warum 13.02 Abfahrt und es ist gerade mal 12.52 Uhr. Egal, wir fahren. So. Da kommt jetzt ja auch niemand mehr. Wie funktioniert das mit dem WLAN? Ach, Leute. Ich mache gleich. Ich mache das jetzt, sonst hängen die mir wieder. Dann hängen die mir wieder an den... Naja. Ihr wisst schon. Oh, warte. Wo ist denn hier? Beifahrer... WLAN! Küchenfreigabe mache ich auch. Beifahrerlicht. Oh, wir müssen los. Ah, ich muss mich mal ein bisschen bequemer hinsetzen. Ich warte mal mit dem am Handy sein, bis wir auf der Autobahn sind. Weil hier brauchen wir dann doch schon ein bisschen... Oh, Konzentration. Weil die Straßen von Flensburg, die sind eng. Das ist ja... Oh. Warum habe ich gerade geblinkt? Ich weiß es nicht. Ist ja ein ehemaliges Fischerdorf. Behaupte ich jetzt einmal. Aber macht ja Sinn. Früher waren die... Flensburg war ja mal kleiner. Ah, das ist wieder Stau. Scheiß drauf. Ich habe jetzt keine Zeit zu warten. Oh, das ist... Ah! Tut mir leid. Das ist hier nicht die Formel 1. Ey, es wäre so schön, wenn das die Formel 1 wäre. Das wäre so geil. Stellt euch mal vor. Paletto in der Formel 1. Dann einfach... Was wäre mein Team? Ich würde gerne... Ich glaube, bei Mercedes. Dann hätte ich Toto Wolf als meinen Chef. Ich glaube, Toto Wolf... Ganz ehrlich, der ist schon guter. Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Ja, den habe ich. Aber Toilette ist jetzt nicht. Leute, wenn ihr noch langsamer fahrt... Dann ist das jetzt hier... Guck mal, der fährt den Taifu. Auch ein guter Autoname. Ich fahre den neuen Taifu. Ja. Oh, guck mal, da vorne ein paar Kühe. Ich liebe Kühe. Kühe sind irgendwie cool. Oh, Abkürzung war das? Ja, das schreit. Guck mal, da können wir easy abkürzen. Aber ganz lecker Schmecker. So, warte. Oh. Oh Gott. Das war ein Baum. Oh Gott. Oh, wir haben Blumen im Fußraum. Oh, jetzt ist hier... Scheiße. Was ist denn hier los? Warum sieht man denn... Was ist denn da? Okay. Easy, 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 easy. So, Vorsicht. Bisschen Offroad. Oh, da ist auch... Da sind auch ein paar Kühe. Da müssen wir ein bisschen ausweichen. Oh. Ja. Kleiner Feldweg. Easy. So, aber Abkürzungen müssen genutzt werden, Leute. Da spart man Sprit. Das ist auch gut für die Umwelt. So, ich hoffe jetzt mal, dass die hier keine... Und das haben sie nicht. Ey, das war so perfekt. Schminkt sich da jemand auf der Toilette? Ach, Leute. Toilette ist nicht. Ich hab wirklich... Ich hab da... Ich war da heute drauf und mir ist das ein bisschen unangenehm. Ich hab da nämlich so einen ganz schmierigen abgelassen. Und da kann ich jetzt wirklich niemanden drauflassen. Das geht nicht. Es ist mir wirklich unangenehm. Ich hatte gestern nämlich McDonald's. Und ihr wisst, Junge, danach riecht's nach toten... Toten sonst was. Also McDonald's... Dünnpfiff ist ganz bitter. So, warte mal. Jetzt mach ich mal... Genau, Tempomat an. Und dann können wir jetzt auch mal gucken, ob ihr vielleicht der ein oder andere Frage an Palle hattet. Da hat sich jemand im WC eingesperrt oder kommt nicht mehr da raus? Das ist mein... Das ist mein Flattermann, der da noch ist. Kommt irgendwann vielleicht auf eine andere Map eine ARC Staffel 2. Ja, das Ding ist... Mängel ist einfach noch Crank. Also... Oh, was ist das denn hier? Das ist die Grenze. Als ob. So, jetzt muss ich hier 40 fahren oder was? Oh, warte, hier ist rot. Nee, hä? Ja, ich fahr jetzt einfach über... Ich fahr jetzt einfach über rot. Ist... Hä? So, wie viel dürfen wir nur fahren? 84? Nee, das mach ich nicht. Wie fühlt es sich an, die Kindheit von sehr, sehr vielen Menschen zu prägen? Das ist ein sehr schönes Gefühl. Also wirklich. Das ist immer ein sehr, sehr großes Kompliment. Wenn man irgendwie, ja, Teil von der Kindheit von Leuten ist und die... Wie gesagt, ich kenne das ja auch von mir selbst so. Wenn ich an die Kindheit zurückdenke, da gibt es einfach Serien, Vorbilder, halt all solche Sachen. Und es ist einfach ein großes Privileg auch. Schminkt sich da jemand auf der Toilette? Das weiß ich nicht. Das würde ich nicht empfehlen. Da tränen nämlich die Augen, wenn du da drin bist. Musstest du jemals vor Gericht gehen? Nee. Ich war einmal auf der Polizeistation wegen einer Party, die eskaliert ist. Aber das war's. Senf oder Mayo? Junge, Mayo. Ich liebe Mayo auf jeden Fall mehr. Ich komme in die Toilette nicht rein. Ja, das ist, weil ich gestern zu viel Mayo... Da habe ich so viel Mayo auf die Pommes gemacht. Oh, Pommes mit Mayo, Alter. Geil. Oh, wenn du jeden Beruf außer YouTuber wählen könntest und dass du auch super gut da drin wärst, welcher wäre es dann? Vermutlich Pilot. Also Pilot wäre schon derbegeil gewesen. Da hat sich jemand im WC eingesperrt oder kommt nicht mehr heraus. Ja, wow. Äh, wie lange fährst du schon Ski? Oh, seit jetzt ein paar Jahren. Das Ding war, dann war ja plötzlich Corona, da konnte ich nicht fahren. Aber ich würde so reine Skisaisons, glaube ich, ist das jetzt mein drittes Jahr. Hat Dano mittlerweile seinen Doktor? Ja. Also, Dano kennt ihr noch? Hier ein Clip von ihm. Schmeckt gar nicht schlecht. Schmeckt nicht. Eigentlich könnten die Spätzle auch weglassen können. Die wäre es eigentlich noch besser. Hast du vor, mal wieder VR-Content zu machen? Ja, aber erst im neuen Haus. Also, wie ihr hier auch seht, hier ist gar kein Platz dafür. Ich stehe jemand auf der Toilette. Und das ist auch super ätzend. Und das ist auch, das muss ich sagen, nervt mich unfassbar, dass es sich mit dem Hausbau halt alles so verschiebt. Und dass ich halt viele Sachen in der Zeit nicht umsetzen konnte, die eigentlich geplant waren. Was sind deine absoluten Lieblingsserien? Ihr wisst es, Leute. Scrubs, absolut. Es ist, oh, ist einfach die Nummer eins. Und aktuell komme ich nicht wirklich dazu, Serien zu schauen. Wird es auch ein mega... Können Sie mal das WC freischalten? Nein, Mann, ich weiß, ich könnte es jetzt mal machen. Wird es auch ein Mega-Evil-Palupen-Kuscheltier geben? Ähm, lasst euch überraschen. Wenn du die Zeit und Nerven hättest, würdest du nochmal ein Projekt wie Freedom machen? Ja, klar. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Zeiten sich natürlich auch einfach geändert haben. Also, ich könnte wirklich allein von der Zeit her sowas wie Freedom nicht nochmal umsetzen. Und das Ding ist auch, dass natürlich auch die Zeit von Manual, die Zeit von Maudado, die Zeit von Zombay, das hat sich einfach alles geändert. Ich bin froh, dass damals die Sterne in so einer geisteskrank passenden Konstellation waren, sodass wir Freedom umsetzen konnten. Und das Schöne ist... Oh, Alter, wie hobelig ist denn der? Ist das wirklich so? Oh, hier geht es immer hoch und runter. Ähm, genau, dass das Freedom, ja, oh, mit den Büchern weiter erzählt wird. Wir müssen links... Oh, hier ist Noah. Okay. Und vielleicht drückt die Daumen, vielleicht auch irgendwann mit einem Film oder einer Serie. Da hat sich jemand im WC eingestellt oder kommt nicht mehr heraus. Ich habe es ja im Podcast erzählt. Hört ihn euch gerne an. Nennt sich Kottbruder. Kostenlos kann man sich den anhören auf Spotify zum Beispiel. Auf jeden Fall habe ich da ja erzählt, dass wir gerade in Verhandlungen sind. Also wir haben aktuell, und bis dato habe ich glaube ich noch nichts, dass ich darüber nicht reden darf, nichts anderes gehört. Und zwar haben wir sozusagen die Vermarktungsrechte. Ähm, die liegen jetzt bei einer Firma, die versucht jetzt, äh, jemanden zu finden, der einen Freedom-Film oder eine Freedom-Serie realisieren kann. Ich komme in die Toilette nicht rein. Kann. Weil man darf natürlich nicht vergessen. Also jetzt mal wirklich, das wäre alleine nicht zu stemmen. Und, ähm, ja, ich bin, bin sehr gespannt. Ich hätte mega Bock. Also ein Freedom-Film, ein Freedom-Kinofilm wäre natürlich, Junge, das wäre so krank. Das ist natürlich auch einfach ein, ein großes Risiko, was man da, da letztlich eingeht. Auch für eine Firma, die sagt, okay, wir, wir stemmen das mit dir. Aber ich habe ja auch schon gesagt, meinte ich eben auch im Podcast, dass, ähm, das an viele, viele, viele Faktoren geknüpft ist. Unter anderem haben wir gesagt, wenn ein Kinofilm oder eine Serie realisiert wird, muss ich der Synchronsprecher sein für Paluten. Das ist einfach so, so blöd. Das klingt auch einfach Freedom, die ganze Welt, das ist einfach mein, mein Baby. Ähm, das, was ich, was ich letztlich erschaffen habe. Und, ähm, es wird sich komisch anfühlen, jetzt irgendwie eine Serie zu sehen, äh, oder eben einen Film, wo Paluten plötzlich eine andere Stimme hat als meine. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht ausgebildeter Synchronsprecher bin, ähm, ist das, glaube ich, gerade in dem Beispiel. Müssen wir hier rechts? Nee, hier. Ähm, oh, sorry. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren. Ja, schön. Ja, fahr doch, Alter. Denkst du manchmal, dass es das Beste war, mit YouTube anzufahren? Also, in Sachen Beruf, natürlich. Also, Leute, das, das war die, die beste Entscheidung in meinem Leben. Muss ich allerdings mittlerweile auch so ein bisschen eingrenzen, in Sachen beruflicher Natur. Weil natürlich die, die, in Anführungszeichen, beste Entscheidung meines Lebens war es, eine Familie zu gründen. So, das war, das ist mein, mein Lebensmittelpunkt. Und, ähm, ja, es ist, aber es hat halt, dieses ganze YouTube-Ding hat mich halt zu der Person auch gemacht. Ich komme in die Toilette nicht ein. Ja, die ich heute bin. Also, ich glaube nicht, dass ich damals, ähm, aus, zum Beispiel Hamburg weggezogen wäre, wenn es nicht wegen, wegen YouTube gewesen wäre. Also, sonst hätte ich mir sicherlich irgendwas in Hamburg gesucht. Aber mich hat das menschlich, ähm, auch von meiner Entwicklung so weitergebracht, mal meine Heimatstadt zu verlassen. Und, ähm, ja, also, das war, das war schon die Entscheidung, die, glaube ich, mein Leben in, in Anführungszeichen, in eine, in die richtige Richtung gelenkt hat. Das Ding ist, ich bin ja auch immer noch jemand, der sehr, wie sagt man, ich bin einfach ein Quatschkopf. Und ich war damals noch... Ich komme in die Toilette nicht rein. Okay, jetzt reicht's, jetzt reicht's mir. Ich fahr jetzt rechts ran, ich mach jetzt diese blöde Toilette. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe, ihr genießt den stinkenden, kackigen Geruch da auf Toilette. Ihr habt euch das selbst zuzuschreiben. Wo ist jetzt hier Fernlicht? Wo ist, ja hier, Luftfederanlage, das ist doch gut. WC. So, jetzt aber. Zap, Zapara. Ähm, wo war ich, jetzt hab ich vergessen. Auf jeden Fall, ja. Super Entscheidung. Hast du schon mal One Piece oder andere Animes geschaut? Ja, ich hab früher, als es noch auf RDL 2 lief, ich weiß nicht, ob es immer noch läuft, ähm, One Piece gerne geguckt. Hast du je in Betracht gezogen, mit YouTube aufzuhören oder YouTube zu pausieren? Eigentlich nicht. Nö. Also, mir macht es immer noch Spaß, solch so einen Quatsch zu machen, mit so einem Fernbus durch die Gegend zu fahren. Und, nö. Es ist natürlich alles, das muss man einfach sagen, mit, mit der Family deutlich stressiger geworden. Und mir fehlt auch stellenweise da natürlich die Zeit, im Gegensatz zu früher. Aber ich will einfach, das hier will ich nicht. Uh, yo. Boah. Da steht einfach ein Flugzeug. Ich, ich will diese Zeit hier aber auch einfach nicht missen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es wird sicherlich irgendwann der Punkt kommen, aber der wird nicht heute sein, der wird nicht morgen sein, der wird nicht in einem Jahr sein. Aber sicherlich irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, ähm, das mit YouTube, das, das, ähm, findet jetzt sein, sein Ende. Aber, Leute, das wird noch wirklich Jahre, denke ich mal, dauern. Ob es nun fünf Jahre sind, ob es zehn Jahre sind, ob es zwanzig Jahre sind, so. Moin, Leute, herzlich willkommen. Aber ich liebe einfach Videospiele und ich liebe es, Videospiele zu spielen. Ich, ich mag, also, ja, es ist immer noch ein Traum, der wahr geworden ist. Also, und den will ich auch nicht aufgeben. Bestes Weihnachtslied deiner Meinung nach. Ach gut, Weihnachten ist mittlerweile schon vorbei, aber das, was für mich Weihnachten einfach immer eingeläutet hat, ist... Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Best, yeah! Du, 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 du. Ja. Oh, was für ein Projekt, an dem du anfangs gezweifelt hast, es aber dann doch gut ankam? Boah. Das Ding ist, nicht mal unbedingt Projekte oder Videos. Es gibt so oft Videos, wo ich mir denke, mh, war okay, aber was dann bei euch so mega gut ankommt. Oder es gibt Videos, wo ich mir denke, alter, das war ja ein saugeiles Game. Ich glaube, das werden die Leute richtig feiern. Und dann kommt es nur so, nee, das ist so interessant und das ist auch, obwohl ich jetzt wirklich schon so viele... Ich mache jetzt über ein Jahrzehnt YouTube. Und trotzdem werde ich immer noch von euch überrascht. Also, ähm, das kann man oftmals gar nicht einschätzen. Also, da kannst du auch als YouTuber selber so viel Spaß dran haben, wie du willst. Wenn dieser Funke manchmal nicht überspringt oder sich deine Zuschauer auch nicht so wirklich für sowas interessieren, dann springt da der Funke vielleicht, wie gesagt, einfach nicht über. Und manchmal gibt es Games, wo ich mir denke, oh ja, war okay. Und die Leute, waaah. Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Könntest du dir vorstellen, dich mal mit Monte in deinem Haus zu treffen? Ja, das könnte ich mir vorstellen, aber es ist wahrscheinlich jetzt nicht so wahrscheinlich, dass das passieren wird. Hast du noch Kontakt mit den Jungs aus dem Ufo? Hm, ganz, 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 ganz gelegentlich. Am ehesten noch mit Revi, mit Smurf, habe ich auch letztens geschrieben. Das ist nun mal, das Ufo ist jetzt auch schon viele Jahre vorbei. Jeder macht so seinen eigenen Kram. Hat mit seinen eigenen Sachen zu tun. Während Craft Attack hatte ich ja kurz mit Revi einmal wieder ein bisschen Kontakt. Und Revi ist auch schon am ehesten, glaube ich, der mit dem er... Aber Revi ist ja auch, der ist ja irgendwie mit jedem schnackt der mal kurz, schreibt kurz. Der Boy ist ja connected wie, keine Ahnung was. Oh, sorry. Ich werde sie verklagen. Ja, mach doch. Das ist geil. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, Need for Speed aufzunehmen und hochzuladen? Ey, frag mich was Leichteres. Kurz zu Info, Need for Speed war das erste Video, was ich auf YouTube hochgeladen habe. Ich weiß es nicht. Ich fand, glaube ich, Need for Speed die Reihe einfach geil. Und ich glaube, das Spiel kam zu der Zeit gerade frisch raus. Und dann habe ich es aufgenommen. Da war, glaube ich, nichts großartig hinter. Oh, das ist eine interessante Frage. Wenn du deiner Oma, die keine Ahnung von YouTube hat, YouTube erklären müsstest, wie würdest du das machen und würde sie das verstehen? Oh, ich weiß nicht, ob meine Oma das verstehen würde. Okay, wenn ich jetzt mal jemandem das erklären müsste, der hauptsächlich mit Fernsehen groß geworden ist. Ich würde sagen, hallo Oma. Ich bin wie so eine Art Fernsehsender. Und da habe ich praktisch meine eigene, meine eigene Show, die zweimal am Tag für circa 15 bis 30 Minuten eine Show sendet. Und dort spiele ich Videospiele. Und wie verdienst du denn da dein Geld? Kann man davon leben? Ja, Oma, das kann man. Das ist auch immer noch interessant. Gerade, wenn man mit Leuten redet, die davon gar keine Ahnung haben, die dann immer noch fragen, ob man davon leben kann. Ja, kann man. Aber, und da habe ich mit GLP auch letztens im Podcast drüber geredet, man sieht natürlich nicht die vielen, vielen Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Leuten, die davon eben nicht leben können. Weil das muss man ja auch einfach sagen. Nur weil man mit YouTube anfängt, bedeutet das ja nicht, dass man seine Miete zahlen kann. Sondern man sieht eben ein Montana Black, ein Elias, ein Papa Plade, ein Palado, ein Gronkh und so weiter, die natürlich das große Glück hatten, dass sie irgendwie es geschafft haben, dass Leute sich das regelmäßig angucken über viele Jahre. Also ganz ehrlich, es ist immer noch verrückt, wenn ich überlege, dass ich jetzt schon über ein Jahrzehnt hier im Internet Videospiele zocke und mir Leute dabei zugucken. Also irgendwas muss man ja richtig machen. Oh, was war dein größter Fehler als Kind, Jugendlicher? Boah, ich habe viele Fehler gemacht. Als Kind und als Jugendlicher, aber auch natürlich selbst als Erwachsener. Als einer meiner größten Fehler? Ich würde sagen, meine Einstellung zur Schule. Und ich weiß, jetzt klinge ich wie so ein... Oh, das ist ja noch ein Flixbus. Ja, weiß nicht, aber... Ja, also... Ich habe die Schule einfach nicht so ernst genommen, wie ich es eigentlich hätte machen sollen. Weil das Ding ist auch immer, du hängst sowieso die acht Stunden in der Schule. Dann nutzt doch die Zeit. Und da im Sinne, da habe ich letztens noch mit jemandem drüber geredet, der gerade bei mir aus der Familie, der gerade in der Schule steckt. Und dann haben wir auch so, wie geil wäre das, wenn ich das Fach... Werden wir von der Polizei verfolgt? Hoffentlich nicht. Dass ich nicht Spanisch durchgezogen habe. Es wäre so geil, wenn ich jetzt einfach Spanisch sprechen könnte. Das ist doch so geil. Fremdsprachen in der Schule zu... Oh, 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 zu lernen ist so ein Privileg. Weil Englisch kann ich sprechen. Das habe ich in der Schule gelernt. Aber jetzt noch Spanisch zu können... Manchmal müssen die Leute ja noch eine Fremdsprache lernen. Die haben dann Spanisch und vielleicht nochmal Französisch. Wie geil wäre das? Ist das Campo-Limit hier echt so hoch? Ja, ich glaube schon. Wir fahren doch gerade mal 100 innerorts. Oh, jetzt müssen wir hier links. Oh, Vorsicht. Oh, Gott. Oh, ja. So, der nördlichste Punkt Europas. Was machen denn die Bayern hier? Oh, warte mal. Jetzt müssen wir gucken. Ja, warte, warte. Alles gut. So, passt das? Jawohl. Wir sind schon da? Ja, klar. So, Leute. Ey, war super. War super kacke mit euch. Jetzt... Oh, nee. Warte. Oh, nein. Der Bus. Der Bus fährt. Mal alle raus jetzt hier. So. So, ich verabschiede mich. So, Leute. Ey, viel Spaß in Arlburg. Oh. Oh. Das war was. Oh. Ich hätte eine Pause machen müssen. 10 Sachschäden. 51 Prozent. Ich bin doch mehr als 51 Prozent auf der Straße gefahren. Aber nur gut, Leute. Das war's mit aller weiteren Folgen vom Fernbus-Simulator. So, hier sind jetzt noch weitere Videos. Schaut mir mal gerne auf paluten.ch ab vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.